...behilfe um Cat Noir und Chloe zu retten. Du brauchst meine Hilfe? Zoe Lee, hier ist das Bienen-Miraculous, das einem die Kraft verleiht, seinen Gegner lahmzulegen. Setze es fürs Allgemeinwohl ein. Zu deinen Diensten, meine Königin. Aber Chloe wird ausrasten. Sie war doch Queen Bee. Chloe wird nie erfahren, dass du es bist. Du hältst deine Identität ja geheim. Und wenn der Job erledigt ist, gibst du mir das Miraculous zurück. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht stark genug. Ich... Ich weiß, dass du das schaffst. Du musst nur eins sagen, meine Königin. Pollen, verwandle mich. Pollen, verwandle mich! Pollen, verwandle mich! Juhu!